Die Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ist die nach Heinrich Böll benannte sogenannte parteinahe Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Rechtlich und wirtschaftlich ist sie ein eingetragener Verein ohne Stiftungsvermögen, Strukturen. Mit seinem Namensgeber, dem Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll, verbindet der Verein laut seinem Leitbild die Verteidigung von Freiheit, Zivilcourage, Streitbare Toleranz und die Wertschätzung von Kunst und Kultur als eigenständige Sphären des Denkens und Handelns. Entgegen ihrem Namen ist die Heinrich-Böll-Stiftung der Rechtsform nach keine Stiftung, sondern ein eingetragener Verein. Sie ist eine föderal organisierte Bundesstiftung mit 16 eigenständigen Landesstiftungen. Die Landesstiftungen verfügen über einigen Einfluss und stellen in der Mitgliederversammlung, dem obersten beschlussfassenden Organ der Stiftung, 16 von insgesamt 49 Mitgliedern. Die restlichen Mitglieder kommen aus der Bundespartei bzw. Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und dem Kreis der Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Die satzungsgemäßen Aufgaben der Stiftung sind die politische Bildung im In- und Ausland zur Förderung der demokratischen Willensbildung, des gesellschaftspolitischen Engagements und der Völkerverständigung. Dabei orientiert sie sich an den politischen Grundwerten Ökologie, Demokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit. Dazu kommen zwei große Querschnittsthemen, die die gesamte Arbeit der Stiftung durchziehen. Migration und Geschlechterdemokratie In ihrer jetzigen Form existiert die Heinrich-Böll-Stiftung seit 1996-1997 still. Am 1. Juli 1997 nahm sie ihre Arbeit am Sitz der Stiftung in den Hackischen Höfen in Berlin auf. Seit Juni 2008 befindet sich der Hauptsitz in der Schumannstraße in Berlin-Mitte gegenüber dem Deutschen Theater. Den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung bilden seit 2002 Ralf Fuchs und Barbara Unmüßig. Livia Kotter ist Geschäftsführerin. Zur Stiftung gehören Das Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung Das Stipendien an Studierende und Promovierende vergibt Das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie Die Grüne Akademie Die Weiterbildungsakademie Green Campus Das Archiv Grünes Gedächtnis Aktuell 30 Auslandsbüros Geschichte Bereits vor 1983 verfügten die Grünen in einigen der damals zehn Bundesländer Westdeutschlands über parteinahe Landesstiftungen. Diese hatten schon vor 1983 versucht eine der parteinahe stehende Stiftung auf Bundesebene zu gründen. Neben den Landesstiftungen gab es bundesweit eine den Grünen nahe stehende von Frauen aus der Frauenbewegung getragene Frauenanstiftung in Hamburg. Die Bundeskonferenz unabhängiger Friedensgruppen und der Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen trugen die alte Heinrich-Böll-Stiftung mit Sitz in Köln. Einige Jahre lang war in der Anfangszeit von grüner Bewegung und Partei umstritten ob es sinnvoll und wünschenswert sei, eigene parteinahe Stiftungen ins Leben zu rufen. Diese Diskussion war Teil der Geschichte der Grünen die sich zu Beginn durchaus als Antipartei verstanden und was die parteinahen Stiftungen anging kritisierten dass diese in der Praxis einer ungerechten indirekten Parteienfinanzierung dienten. Für die Grünen reichte deshalb am 31. Januar 1983 die Kanzlei Schilly-Becker-Goylin beim Bundesverfassungsgericht eine Organklage ein. Klagegrund war nicht nur die indirekte Parteienfinanzierung mit Bundesgeldern, sondern auch, dass diese Mittel ausschließlich an die etablierten Parteien gingen, was nach Ansicht der Kläger gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstoße. In seinem Urteil, das erst 1986 erging, erklärte das Bundesverfassungsgericht die Finanzierung der parteinahen Stiftungen durch die öffentliche Hand für rechtens, mahnte aber an, dass die Unabhängigkeit der Stiftungen bislang ungenügend gewesen sei und gestärkt werden müsse. Die Politikwissenschaftlerin Tine Stein fasste dieses Urteil wie folgt zusammen. Aus Sicht des Pferfg sprachen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die staatliche Finanzierung politischer Bildungsarbeit durch politische Stiftungen. Der Grundsatz der staatlichen Neutralität sei dann nicht verletzt, wie das Gericht in seinem Urteil von 1986 aus Anlass der Klage der Grünen im Wesentlichen ausführte, wenn die politischen Stiftungen die Jure und de facto unabhängig von den Parteien seien und wenn die Chancengleichheit gewahrt sei, also Offenheit gegenüber Newcomern im politischen Markt besteht. In diesem Zusammenhang hat das Gericht auch betont, dass die staatliche Finanzierung der Tätigkeitsfelder der politischen Stiftungen im öffentlichen Interesse liegt. Nach diesem Urteil mussten die Grünen entscheiden, ob und wenn ja in welcher Form sie eine parteinahe Stiftung haben wollten. Zu diesem Zweck wurde am 24. August 1986 von der Partei eine Stiftungskommission eingesetzt. Die Initiative zur Gründung der Heinrich-Böll-Stiftung konstituierte sich am 14. September 1986 in Köln. Am 1. Juli 1988 gründeten die Vertreter der damals existierenden acht grüneren Landesstiftungen den Verein Bundstift-Föderation grüner Landesstiftungen und Bildungswerke e.V. mit Sitz in Göttingen. Am 26. Juli 1988 wurde der Stiftungsverband Regenbogen e.V. als Dachverband der Einzelstiftungen Bundstift-Frauenanstiftung und der alten Heinrich-Böll-Stiftung ins Leben gerufen. Eine Konstruktion, die erforderlich war, weil nur über einen solchen Dachverband Bundesmittel für eine parteinahe Stiftung beantragt werden konnten. Am 15. August erkannte der Bundesvorstand der Grünen den Stiftungsverband Regenbogen als die ihm nahestehende politische Stiftung an. Die Fusion der Einzelstiftungen zur neuen Heinrich-Böll-Stiftung wurde auf einer Bundesversammlung von Bündnis 90 Die Grünen im März 1996 in Mainz in, die Wege geleitet. Geschlechterdemokratie und Migration wurden als Gemeinschaftsaufgaben in der Satzung verankert. Die gemeinsame Verpflichtung, sich gegen die Diskriminierung von Homosexuellen einzusetzen, wurde ebenfalls berücksichtigt. Finanzierung Wie bei den anderen parteinahen Stiftungen stammt der überwiegende Teil des Stiftungshaushalts aus Mitteln des Bundes. Hinzu kommen projektbezogene Fördermittel der EU. Für 2013 gibt die Stiftung in ihrem Jahresbericht an. Zur Art der Finanzierung führte die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach aus. Wer das Grundgesetz kennt, der weiß, dass es zu Fragen der politischen Bildung eigentlich keine Aussagen trifft. Ich denke, ein ernsthafter Zweifel, dass das rechtlich möglich ist, hat sich auch nie ergeben. Obwohl wir Deutsche immer sehr schwer haben lernen müssen, dass etwas, was nicht verboten ist, auch tatsächlich erlaubt ist. Auf Initiative von Mitgliedern des Freundeskreises der Heinrich-Böll-Stiftung wurde 2013 die Tuwas-Stiftung für Gemeinsinn errichtet. Auf diesem Wege ist es seitdem wie bei anderen parteinahen Stiftungen auch möglich, die Arbeit der HBS durch Zustiftungen dauerhaft zu unterstützen. Dies dient vor allem auch dazu, Projekte zu betreiben, die aufgrund des Zuwendungsrechts nicht aus Bundesmitteln finanziert werden dürfen. Arbeitsschwerpunkte Laut Eigenaussage hat die Heinrich-Böll-Stiftung fünf sogenannte Hauptanliegen, nämlich Demokratie und Menschenrechte, Kampf gegen Umweltzerstörung, soziale Teilhabe für alle, die friedliche Lösung von Konflikten, die Verteidigung individueller Freiheit. Diese werden, je nach regionalen Gegebenheiten und politischer Notwendigkeit, auf die folgenden Arbeitsschwerpunkte heruntergebrochen. Globalisierung und nachhaltige Entwicklung Klima- und Energiepolitik Stärkung der Zivilgesellschaft Geschlechterpolitik Demokratieförderung Europapolitik Transatlantischer Dialog Politikberatung Kunst und Kultur Nachwuchsförderung Globalisierung und nachhaltige Entwicklung Ressourcenpolitik Das Memorandum Haben oder Nicht Haben Der Heinrich-Böll-Stiftung analysiert bestehende Initiativen, Standards und Mechanismen der globalen Ressourcenpolitik und formuliert politische Empfehlungen an die G8-Staaten für einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, der Fleischatlas Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel. Diese Publikation will über die vielfältigen Dimensionen der Fleischproduktion und des Fleischkonsums informieren und Alternativen aufzeigen. Projektpartner sind Le Monde Diplomatique und der Bund. Bislang sind 2013 und 2014 zwei Ausgaben erschienen sowie 2014 eine Version in englischer Sprache Mietatlas 2014 Global Facts and Figures about Miet, Wirtschaft und Finanzkrise. Die Heinrich-Böll-Stiftung engagiert sich für die Umsetzung eines Green New Deal. Massive Investitionen in den ökologischen Strukturwandel in Bildung und Qualifizierung, Wissenschaft und Forschung sollen die Fundamente für eine zukunftsfähige Gesellschaft legen. Klima und Energiepolitik Klimawandel Ein wichtiges Motto der Arbeit in diesem Bereich ist Klima der Gerechtigkeit, die H, den Kampf gegen den Klimawandel so zu gestalten, dass nicht nur dem Klimawandel nachhaltig Einhalt geboten wird, sondern es auch zu einem gerechten Ausgleich zwischen Weltregionen, Ländern und Bevölkerungsgruppen kommt. Ein Beispiel hierfür ist das Konzept der Green House Development Rights. Energiewende Die Stiftung setzt sich ein für eine Energiewende, die H, für Investitionen in erneuerbare Energien, durch die nicht nur punktuell nachgebessert, sondern ein grundlegender Wandel von Infrastrukturen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt vorangetrieben wird. In vielen Projekten setzt sich die Stiftung dafür ein, zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen und zu wahren, sei es in Afghanistan, in Russland oder innerhalb der EU. Geschlechterpolitik Globale Geschlechterpolitik Geschlechterpolitik und Geschlechterdemokratie waren von Anbeginn an Arbeitsschwerpunkte der Stiftung auch und vor allem in der Auslandsarbeit. In der Organisationsentwicklung ist die Stiftung dabei Vorreiterin und Vorbild für viele andere Organisationen geworden. Feminismus Das Gunda-Werner-Institut innerhalb der Stiftung will Geschlechterpolitik aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, ob feministisch oder männerpolitisch. LGBTI Die Stiftung setzt sich ein für die gesellschaftliche und politischen Teilhabe von Frauen und die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersex. Das Engagement der Stiftung für Demokratie und Menschenrechte hat ein breites Spektrum von Transformationsländern wie den Staaten Nordafrikas, Afghanistan oder Myanmar über den Erfahrungsaustausch von Aktivisten aus unterschiedlichen Weltregionen bis hin zur Arbeit gegen Politikverdrossenheit in Deutschland und die Demokratisierung der EU. Im Zentrum der europapolitischen Aktivitäten der Stiftung standen zuletzt Themen wie die notwendigen Reformen der europäischen Institutionen, die Energiewende und die europäische Nachbarschafts- und Migrationspolitik. Schwerpunkte des Programmbereichs transatlantischer Dialog sind einmal die Zusammenarbeit zwischen Deutschland bzw. EU und den USA in Fragen der internationalen Sicherheit und Demokratieförderung sowie zum anderen Aspekte einer Energiewende und des Kampfes gegen den Klimawandel. Für diesen Bereich ist Green Campus die Weiterbildungsakademie der Heinrich-Böll-Stiftung zuständig. Nach Eigenaussage bietet sie Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote insbesondere in den Kernbereichen Politik, Management, politische Personalentwicklung sowie Gender- und Diversity-Management an. Kunst und Kultur, Kunst und Politik Die Heinrich-Böll-Stiftung sieht Kunst und Kultur als Ausdrucksformen gesellschaftlicher Selbstverständigung und beschäftigt sich mit den Zusammenhängen von Kunst und Aktivismus in sozialen und politischen Bewegungen. Konkret werden Ausstellungen, Theaterprojekte, Filmfestivals und Initiativen zur Netzkultur unterstützt. Heinrich-Böll-Haus Langenbruch Das Heinrich-Böll-Haus ist eine Zufluchtsstätte und ein Stipendiatenhaus für Autoren und Künstler aus aller Welt. Heinrich-Böll-Archiv Die Stiftung unterstützt das Heinrich-Böll-Archive der Stadtbibliothek Köln, das den Nachlass von Heinrich-Böll betreut, Veranstaltungen durchführt und Editionen herausgibt. Für die Nachwuchsförderung ist innerhalb der Stiftung das Studienwerk zuständig. Es betreut pro Jahr rund 1.000 Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen und Nationalitäten. Nationalitäten Auslandspräsenzen Die Heinrich-Böll-Stiftung unterhält aktuell 30 Auslandsbüros. Die internationale Projektarbeit beschränkt sich dabei nicht auf jene Länder, in denen ein Büro besteht. Insgesamt arbeitet die Stiftung mit über 100 Partnerprojekten in mehr als 60 Ländern zusammen. Bereits vor Gründung der neuen Heinrich-Böll-Stiftung im Jahre 1997 hatten einige der Vorläufer Organisationen der Stiftung Auslandsbüros, welche dann von der Böll-Stiftung weitergeführt wurden. So wurde das Büro in Pakistan bereits 1993 eröffnet. Als nächstes entstanden 1994 die Büros in der Türkei und Kambodscha, gefolgt von den Büros in Russland, Tschechien, Nigeria und dem Mittelamerika-Büro in El Salvador. Von den Auslandsbüros der Heinrich-Böll-Stiftung wurde im Laufe der Jahre allein das Büro in Äthiopien wiedergeschlossen und zwar im Jahre 2012. Da, nach Aussage der Stiftung, die politischen Rahmenbedingungen und die Gesetzeslage in Äthiopien eine politisch vertretbare und praktikable Arbeit der Stiftung verhinderten. Aus Sicherheitsgründen wurde Anfang 2013 die Leiterin des Büros in Kabul aus Afghanistan abberufen. Das Büro selbst setzt jedoch seine Arbeit mit Ortskräften fort. Besetzt sind die Büros allgemein mit einer Leitung, die in das Projektland entsandt wird und in der Regel die deutsche Staatsangehörigkeit hat, sowie von Ortskräften, wozu gelegentlich noch weiteres aus Deutschland entsandtes Personal kommen kann. Zu den namhaften ehemaligen und aktuellen Auslandsbüroleitern der Heinrich-Böll-Stiftung gehören U.A.R., Mijan Horacek, René Wildangel und Kerstin Müller. Die Entsendung von Kerstin Müller war zum Teil umstritten. Die israelische Jerusalem Post warf Kerstin Müller vor. Die von ihr unterstützte Initiative zur Kennzeichnung israelischer Produkte greife Nazi-Methoden auf. Die jüdische Allgemeine, das wichtigste deutsche jüdische Periodikum, berichtete über den Vorgang hingegen rein sachlich. Gremien und Belegschaft Anfangs hatte die Heinrich-Böll-Stiftung keine Geschäftsführung, der Vorstand war mit drei Personen besetzt. Die geschäftsführerischen Aufgaben übernahm eines der Vorstandsmitglieder. Diese Struktur wurde im Jahre 2002 geändert. Seither gibt erst in der Praxis einen zweiköpfigen Vorstand sowie eine Geschäftsführung. In der Satzung der Stiftung heißt es dazu, der Vorstand umfasst bis zu drei Personen sowie Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Vereins einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin bestellen. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Von 1996 bis 2002 Claudia Neusüß Von 1996 bis 2002 Petra Streit Seit 1996 Ralf Füchs Seit 2002 Barbara Unmüßig Geschäftsführung von 2002 bis 2013 Birgit Laubach Seit 2013 Ivia Cotta Ivia Cotta Barbara Unmüßig Ralf Füchs Diashow der Kategorie Heinrich Böll Foundation 49 Der Aufsichtsrat führt die Aufsicht über die Tätigkeit des Vorstandes. Er besteht aus neun Personen. Von den Mitgliedern des Aufsichtsrates wählen. Der Frauenrat wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Ihm gehören zwischen sieben und zehn Frauen an. Er berät den Vorstand der Stiftung und beschließt über Schwerpunktprogramme in den Bereichen Frauenpolitik sowie über Kriterien der Projektarbeit. Die Fachbeiräte sind ehrenamtliche Gremien. Sie beraten die Stiftung in einer Reihe von Arbeitsfeldern. Aktuell gibt es die Fachbeiräte Studienwerk Nord, Süd und Europa Transatlantik. Laut eigener Auskunft beschäftigte die Stiftung zum 31. Dezember 2013 219 Personen im Inland, 29 ins Ausland entsandte Personen sowie 200 im Ausland tätige Ortskräfte. Von den Beschäftigten haben 14% ein Migrationshintergrund. Der Frauenanteil in der Belegschaft liegt bei 74%. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat einen Betriebsrat. Laut Aussagen der Freien Arbeiterinnen und Arbeiterunion Berlin hat die Heinrich-Böll-Stiftung jahrelang den Aufbau bzw. Abbau und das Catering für Veranstaltungen über illegale Leiharbeit abgewickelt. Das Arbeitsgericht Berlin hat in seinem Urteil vom 5. September 2013 die Heinrich-Böll-Stiftung dazu verurteilt, die betroffenen Personen direkt zu beschäftigen. Die Stiftung hat das Urteil akzeptiert und darauf hingewiesen, sie sei als Empfänger von Steuermitteln des Bundes an das Zuwendungs- und Vergaberecht gebunden und könne Beschäftigte nicht nach eigenem Belieben bezahlen. Die FAU hat in der Folge weiter gegen die Stiftung protestiert und direkte Verhandlungen gefordert, was die Stiftung zurückwies, da die FAU nicht tariffähig sei und entsprechend nicht über Tarife oder Arbeitsbedingungen verhandeln könne. Preise Die Heinrich-Böll-Stiftung vergibt folgende Preise Petra Kelly-Preis Hannah Arendt-Preis für politisches Denken Friedensfilm-Preis Anne Klein-Frauen-Preis Der Heinrich Bekannte ehemalige Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung Jan Philipp Albrecht Mitglied des Europäischen Parlaments Emily Bühning Organisatorische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen Mercedes-Bunds Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mareiken Engels Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft Nurkan Erpulat Künstler Christine Hatzky Historikerin Judith Sigmund Künstlerin Cosima Tribukait Künstlerin Julia Wählinden Mitglied des Deutschen Bundestages Schriften Silke Helfrich Heinrich-Böll-Stiftung Commons Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat 1 Transkript Verlag 2012 ISBN 9783837620368 Siehe auch David Bollier Silke Helfrich Heinrich-Böll-Stiftung Die Welt der Komms Muster gemeinsamen Handelns Transkript Bielefeld 2015 ISBN 97838376-32453 Bodenatlas Daten und Fakten über Acker, Land und Erde Heinrich-Böll-Stiftung IASS-Bund Limonde Diplomatik 2015 Warum wird Land immer teurer? Wie viel Boden geht jedes Jahr verloren? Wie viele Quadratkilometer Acker und Weideflächen importieren wir für unsere Ernährung? Wem gehört das Land herunterladbar als PDF-Dokument unter der Lizenz CC bei SA?